Wie ist das Geräusch? Kiste voll Original Geräusche übrigens Find dich toll, Kiste voll Aluminium Amal Disco Devil Or Amal Disco Rebol Alter, was ist mit dir falsch? Disco Devil Was ist mit dir falsch? Ich krieg hier langsam Kopfschmerzen Von diesem Geräusch Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Ich glaub wenn du den Bass eine Ton tötest, wird das sogar klappen Äh, äh, äh Äh, äh, äh So, Autospauner Ähm Ähm Kabel Item Ne, warte am Item conduits Ne, brauchst du nicht Du brauchst Flux Wo hab ich jetzt den Apple Pollen gekommen? Ich weiß nicht Ne, irgendein Schmetterling ist gestorben Äh, äh 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 Da brauchen wir Quite Clear Glass und die Komischen Dinger da Wie mach ich Also Quite Clear Glass kann ich aber mit dem Schizzle machen Ja Hm Anstatt mit dem, der sagt Quarz Äh Glas Stack Schizzle Schizzle Guck mal ich von diesem komischen Zeug nach aus ab Quite Clear Glass Von dem komischen ekelhaften Was ist das ekelhafte Zeug? Was für ein ekelhafte Zeug Ich war's nicht Ne, diese Äh Contain Binder oder so wie die heißen Äh Conduit Binder Manns Ja Müssen wir auch irgendwo rumfliegen haben Aber wo? Welcher gekackten Kiste sind die? Nö Nö Da Ein Stack reicht erstmal Kann ich mein Alltag gleich auch noch hübsch machen so Okay Oder brauchst du mich für's ME? Nö Ich glaube nicht Jetzt brauche ich nur noch Stromkabel Was haben wir denn da für oben welche gehabt? Ähm Ganz normale Energy Conduits, oder? Wir hatten, ich glaube die zweite Stufe oder die dritte Warte mal, hatten wir das Orangene? Ja, wir hatten das Orangene So Ich bin nicht zumindest meinungslos mit Orangene Okay Wir müssen nur Gold, Redstone und Glowstone verbrennen Ich bin jetzt nicht sicher Fuuu Ich meine war aber das eher das Orangene mit 5000 Genau, das andere war nämlich zu schwach Und die 20.000 hatten wir noch nicht gemacht Weil wir keine Enderpellen hatten Ja, doch Richtig Aber das reicht ja Das ist ja egal Können wir das noch umwandeln zur Not? Naja, war egal 2 Blocks out 1 Block runter 2 Blocks out Okay, haben wir noch genug Ehh 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 возьми Ehh H deplas Ehh Ehh so warm jetzt doch los bitte nicht wir brauchen definitiv close down wie viel hast du ja 30 brauche ich ein zwei bruch ich geh weg wenn die geben erstmal nix erst bekomme ich meine 30 ich brauche 30 stück ich brauche 30 stück voll geil für so eine strecke automatisch mit dem immer 2 2 2 und eigentlich habe ich hasse den gleiter nein danke danke schön dann dieser jetzt können wir gleich hier dieses komische zeug machen ja ich hatte gerade auch einen kurzen massiven lag da hat es gerade nur ein walten weniger ja trotzdem ist das spiel bei mir so ne oh lenni hat gerade einen super ping also in game probleme verbindungsprobleme so die ersten drei sind geschmolzen auch rein und lädt jetzt eigentlich strom komischerweise holt er den strom hinweg wer versteht das system hier nicht bei uns der verbraucht obwohl der läuft läuft jetzt verbraucht er immer nur noch plus minus null ja gut weil ähm soll ich dir mal was sagen die generators die sind alle auf null die sind komplett ausgelastet die produzieren wirklich grad plus minus null ok wir dürfen nicht mehr anschließen definitiv nicht mehr wir brauchen mehr generatoren würde ich mal sagen wir brauchen hier den was ist das q.de q.de oder so rum ich habe 16 stromkabel hoffentlich reichen die hoffentlich bisschen zu klein ne warte bisschen zu groß im augenblick noch für bloodmagic so soll ich dir den auto soll ich dir den reusable von dem village an jetzt geben ja hast du da oben den autospauner ja den den habe ich aber ich will das ding in hand geben kommen wir unter kommen wir hier oben hin warte geht es bei uns ein bisschen gestein ab und dann komm wir hier ans loch wo der zwischengang ist warte hier da wo das loch ist oder kommst du ganz hoch momentchen ich muss hier noch eben drei vier blöcke abbauchen und dann komm warte 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 fang das ist für die villager ja gut dann kannst du das anmachen wenn du bock hast okay ja wo ist autospauner autospauner kommt mitte ja brauchst du auch nicht reintun ich schließe das jetzt schon komplett an ne ja weil dann würden die dinge jetzt schon raus ploppen ach scheiße ich muss von unten blöcke dran sitzen fuck wie komm ich jetzt am besten hin setz mal von unten blöcke bitte hin sechs stück oder wie warte mal mach mal drei blöcke drei blöcke warte mal schmeiß die mal ja mach mal hoch komm ich von zuhause auch mal schnell hierher moment was ist so ja wir brauchen ja nur noch den autospauner hinfletschen ja dass die so spawnen mhm sicher dass die so spawnen ja der andere ist auch nicht höher kül strom ach fuck ey vorsicht na Adrian sich die Gitarre ist hier auf dem kopf hab oh Lenny ich kann nicht bauen so wenn mein fetter kopf im weg ist mhm und hier oben haus um so nah kein levy tun den kann man bis zu 30 blöcke hochstehen ne warum so warum willst du oh da ist mir mein altar runtergefallen das ist ein bisschen tief aber ein bisschen aber ein bisschen ich bin verwirrt und sterbe aah 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 okay ich komm jetzt nicht mehr in den altar hoch Adrian kannst du mir kurz so äh hinstellen kann ich muss ich dort so flüssigkeit insert woanders insert hier der seite stehen welche da okay yes ah da kannst du dich auch so sorry tf du kannst eigentlich normal aber sie da alles abbauen der anders auch nicht höher der ist fast unter der decke hier bei uns lass mich lass dich doch fliegen ja der ist der ist auch zwei blöcke drunter ja und der von mir halt da nein nein ich hab mal ein bisschen herz chill chill dein Leben chill halbes Herz jungen ich glaub die Kiste ist unten voll ich glaub die Kiste ist unten voll also dachtest du ernsthaft ich würd dich angreifen eins zwei vier fünf eins zwei zack ich brauch eindeutig ne heater wrench ne ver wrench ne heater wrench ne heater wrench äh fuck ich komm nicht ran so äh so so der dürfte jetzt ja er läuft Lenny guck mal guck mal in meine hand warte guck mal äh es gibt da sowas das nennt sich Citiloft Boom Citiloft Boom ne kann ich nicht außerdem könntest du das gar nicht benutzen hast du immer noch Citiloft schon ein Ding nope ich glaub ich weggeschmissen in den Lava oder so und ist eigentlich ne ja ja der ist irgendwann mal in Lava geschwommen weil YOLO Rettungsaktion die beste Rettungsaktion ever EU best server ever KFC alter ist ok ich brauch Schüssel äh welchen Schüssel brauch ich den mit dem Stick und dem Eisen ähm äh ne es gibt hier so 7.000 Schüssel äh ne es gibt hier so 7.000 Schüssel ich hab benutzt hier den hier den Schüssel ähm Schüssel 2 ah ok gut mit dem Orangene Griff mit dem Orangene Griff Orangene Griff mit dem Orangene Griff mit dem Orangene Griff jetzt mal ja alles reinwerfen was ich grad nicht brauche soll ich einfach permanent Arcane Levitators machen mal so bisschen ne warum weiß ich das sind voll nützlich und machen Spaß ja aber brauchen wir die im Haus nachher könnten die halbwegs nützlich sein ja aber da hundert sich die Elevators wow Arcane Levitators machen toll ja die kann man ich kann auch toll machen ja trotzdem hm im E-System da war mit stehen geblieben da da flasch wirds da ja und massenweise ganz anderes Zeug Cha Cha ah die sind fehlt uns irgendwann das müsste auch noch irgendwann ja das ist mal sehr willkommen ok Cha Cha braucht der Strom und der ist Charger also denk ich mal schon ja er braucht Strom ok braucht das nächste Wix Gerät Strom warum auch immer Mensch alles braucht hier Strom nix ist umsonst hier ja über den gebraucht er jetzt zum Chargen hier woche muss er noch angeschlossen werden hier ah huiiiiiii hat mir immer Spaß mit meinem Levitator durch die umzuspielen jetzt gibt's die Frage kann ich das mit dem Twopper machen oder muss ich jetzt ernsthaft stehen und die ganze Zeit chargen hm ok es ist sehr lustig jetzt alles hier Einzelpären zu chargen ok es ist sehr lustig jetzt alles hier Einzelpären zu chargen ok WTF ist versorgt Lenny ist versorgt ich kann jetzt ME machen Crafting Go Crafting Go Crafting Pure Flux ok dann müssen wir jetzt die Seeds machen dafür brauchen wir jetzt Redstone und Neter Quartz und 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 Zettos Charge die die schiff noch mal auch wir wir